Ja, mein Name ist Birgit Waldhelm. Ich bin Krankenschwester und Pflegepädagogin und arbeite im Fortbildungszentrum im Klinikum Osnabrück. Man kann sich natürlich fragen, was den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf so attraktiv macht. Grundsätzlich würde ich sagen, der Pflegeberuf ist attraktiv. Er ist spannend, er ist interessant, er wendet sich dem Menschen zu und von daher wieder neu anzufangen damit, greift auf etwas zurück, was man schon kann. Das geht nicht verloren. Wir kamen darauf, diesen Schritt zu gehen, so ein Angebot zu machen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die im Pflegeberuf gearbeitet haben, die jetzt eine Zeit der Familienpause gemacht haben oder sich beruflich anders orientiert haben, die vielleicht wieder Lust haben, neu einzusteigen. Und dann besteht immer so eine Hürde. Schaffe ich das noch? Kann ich das noch? Und diese Hürde wollen wir überbrücken, wollen wir nehmen.